Der Zebra-Look. Es ist der Zebra-Look. Ja, auch die müssen reichen. Schaut sie euch an, schreibt mir und dann schauen wir mal. Ich sag ja, mich hat der Winter- oder der Frühjahrsputz ja schon fast, kann man schon fast so sagen, erwischt. Das muss alles weg. Ich brauche was Neues, außer meine Lieblinge bleiben im Schrank. Bitte.